Was für eine Zeit! Pandemie, Krieg, Inflation, Klimawandel und und und. Wir werden tagtäglich mit negativen Einflüssen und Nachrichten konfrontiert. Jeder negative Gedanke manifestiert sich in unseren Köpfen und Körpern und wir geben unsere Emotionen ungefiltert an unseren Seelenspiegel, sprich an unseren Hund, weiter. Es ist enorm schwierig geworden, in dieser unberechenbaren Zeit beständig glücklich und zufrieden zu sein. Immer mehr Zweifel für die Zukunft kommen auf und belasten uns tagtäglich. Auch unsere Mensch-Hund-Beziehung leidet unter dieser ständigen emotionalen Belastung. Unser Weggefährte wünscht sich jedoch einen berechenbaren und souveränen Partner an seiner Seite. Gerade jetzt sind positive Motivationen und Routinen enorm wichtig und tragen zu einer Stabilisierung deines Wohlbefindens bei. Und genau jetzt brauchst du wieder gute und lebensbejahende Gedanken und Gefühle. Das Weggefährten-Journal wird dein Wegbegleiter für die nächsten 10 Wochen sein. Du wirst deine guten Energien wiederentdecken und deine zukünftigen Entscheidungen wieder mehr aus deinem Bauch treffen. Du wirst gemeinsam mit deinem Weggefährten befreiter und glücklicher durch dein Leben gehen. Dein Hund wird spüren, dass du neuen Mut und neue, frische, positive Energie in deinem Herzen trägst. Die Fortschritte deiner Reise kannst du in deinem persönlichen Tagebuch festhalten. Dein Herzensweg ist dein Lebensweg. Du wirst Gelassenheit, Ruhe und Liebe in dir spüren. Deine Mensch-Hund-Beziehung wird dadurch harmonischer und respektvoller sein. Du wirst am Ende eines jeden Kapitels eine herzliche Tagesaufgabe von mir bekommen, um noch tiefer in deine Gefühlswelt einzutauchen. Am Ende einer jeden Woche begibst du dich in die Selbstreflexion und kannst dir rückblickend noch einmal anschauen, welche Gedanken und Gefühle dich am meisten beschäftigt haben. Dein Hund hat es verdient, einen entspannten, souveränen und glücklichen Partner an seiner Seite zu haben. Tauche ein in die tiefgründigen Seiten deines Weggefährtenjournals.